Ich komme nicht zurück. Ja? In der Lage zu sein, dass man eine gefährliche Stigma ist. Aber einmal nicht so gemacht, die Organisation, das heißt, achten bei dir, ist es so eine Organisation, das ist so für alles. Die Organisation, die von jedem Mann sagt, dass es nicht so eine Stigma ist. Die alte Bucher geht sich toll, es wird auch Stigma. Die ist gut, es geht dir. Es wird nicht getan. 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 Aber egal was es ist. Es ist ein einzig Weg. Der einzig, der einzig, der einzig eine Stapel, ist zu gehen jetzt! Das ist der Beginn. Das größte Tag des Schabels ist zu tauschen den Blick von den 40-Jährigen, 50-Jährigen, 60-Jährigen chassidischen Jäten. Ich kenne chassidisch, meine ich in unserer Kultur. Wo es geht aufhören und ruf zu gucken auf die Buche, wo es ist die alte Buche. In Ab-Jab und Ab-Bos, in fünf Buche, wenn ich sage, ich rede der Schabbos, wo ich gesagt habe, als die Ab-Bate-Bazun weinige war, ist die Buche. Ich wollte das auch nicht etwas reden. Heute, Ab-Buz, bazunt dich, Leute, wie viele Kinder du hast. Wenn ich die, wenn ich ich ein Geist, wenn ich kein Job lege, so unangenehm sage, ist zu trocken. Aber so unangenehm sage ich die Ab-Bate-Bate-Bate-Care, und wenn die Beste für ein Rays ist, ist es, wenn sie ihre Kindheit verèrst, oder ihr Kind nicht zu holen, oder ihr Kind charmeert, gehen wir nach Rays. Ich halte mich, meine perspectiv, als die größte Stupid-Tie ever. In general, across the board, Fabos. Wo es steht, Ihnen wie viele Manexpenser sind, wenn ihr da mit Batsun. Die Bahu-Bus ist nicht in Bahu-Bus. Er ist nicht ein Mensch, wenn du hier bist. Er ist ein Mensch, wenn du hier bist. Er ist ein Mensch. Er kann schon kein Business ohne Arbeit tun. Die Arbeit dauert, was sie gibt für dich. Er arbeitet, was sie gibt für dich. Die bringst du ihm Geld. Jetzt. Das ist die Idee, von wo ist das geschehen? Die haben gebraucht, auf der Batsun nicht, wie viel die produziert. Nicht, wie viel die an Expenses sind. Ich habe gehört, dass ich das Buch habe, dass ich mir nicht lange zurückkomme. Ich bin nicht nur auf Schabbos, weil ich heute Morgen habe, dass ich mir so lange zurückkomme. Ich habe gesagt, dass ich das Buch habe. Ich habe es ein bisschen zu kastro, dass ich das Buch habe. Die zweite Woche hat mir gesagt, dass ich mich nicht so glücklich bin, bei der Interview. Die Geistes der Interview fühlen sich auf der Batsun, die Geistes der Interview sehen, dass sie die Arbeit für sie. Sie erkennt dich. Sie ist die, dass du Geld machen kannst. Und wenn sie das Buch ist, die das Buch ist, die das Buch ist, dass sie mit dem Geld machen können, ist der Boss, und die muss das Buch beantworten. Aber es ist nicht immer das Buch, sondern der Boss, der Boss von der Business. Und ich rede mit ihm, und sie fragt ihm, ich kann mir das machen. Ich lebe mich auf eine Frage, wie viel Geld ist, was ich zu machen? Was ist das Maximum Geld, was ich kann machen in diesem Job? Ich weiß nicht, dass ich das Buch ist, sondern ich weiß nicht, wie viele Arbeiter ich kann machen. So ich kann mich 200 Arbeitern machen, und ich bin froh, wie viel Geld ich damit machen muss. Wenn ich 10 Arbeitern kann, wie viel Geld ich damit machen muss? So ich kann die Arbeit nicht lang? Wenn ich 5 Stunden mache, ich habe Geld von der Firma. Ich werde mit dem Geld. Ich habe jetzt einen halben Jahr einen Mann, 200 Arbeitern zu tun. Er kann mir 4,000 Euro geben. Aber ich bin froh, 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 ich bin froh. Wie viel ist das Maximum die was zu tun in der Arbeitern? Und was ist das Faktum das macht das Rumpfrikende Wäldsch? Wie viele Kinder ich habe? Doch, das ist neid! Husten und wunderschwitzen Sitten, in ihrer Bürger live, diese Voice-Constan hat sich nichts mit 24 Jahren mit Char cùng. Bei den Böckchen tre swocht da ein, cohorn father, ich weiß, ich muss die sättere und SPD ich bin froh. Wie viele keine oder spannende Zahane Ich bin froh, ich bin froh, und bekomme diese Arbeit. Gehen jetzt über eine weiterven 달�ung! Wird viel Zeit dein es werden, aber du Panik vost KP 2! Ich meine, es ist ein Inser Cup, in der Buchers Cup, wo es was der Schwachke, wenn ich ein Interview war, der Boss fehlt, oh, ich kann treten auf ihn. Es ist ein Bucherl, es ist ein Bucherl, es ist ein Human, ich rede, es ist ein Human Being, es sitzt du, er kommt, du arbeitest zu dir. Du weißt, das braucht weniger, du weißt das nicht mehr. Wenn die wachst, dann geht es darum, dass ich dich Teil, das muss ich respektieren. Ich geh Woche um Human to sein. Ich geh Woche um Human to sein, muss man riesige Gelder machen. Zei Teugen, da habe ich schon das Ziel, Du wirst, du wirst, du warst, du wirst, du wirst. Er arbeitet in der richtigen Pläne, wie er blankt, wie er kann. Er hat da angefangen, in dem Interview, ich gehais auch für die Woche, ich gehais von dieser Woche aus, Als ich ein Interview kam, der Babo ist auf dem Schleif, auf dem Platz nachzudenken, die ich will machen. Ich will ein Buch her! Ich habe ein paar Sachen, die ich nicht, ich hab eine Tolle mit einem Bildung, ich hab eine Tolle mit einem Kleidung, ich hab eine Tolle mit einer Familie. Ich hab eine Tolle mit diesem, ich hab eine Tolle mit uns gesagt, danke. Ich bin getroffen an der Maal des Hafts in Bordeperk. Ich bin ein Mann, der Maal des Hafts in der Hafts und bin ich später. Ich weiß, wie ist die Buche? Ich sage, wie ist die Buche? Das sind die Buche, die 20 Jahre alt. Wo sind die anders? Weißt du, wie du? Die Buche sind kleine Weide. Ich sage, was? Ich sage, das ist die Buche, ich muss die ganze Zeit nicht mehr tun. Ich sage, die Buche sind wie ein Weine, ich sage, wir sind nicht mehr. Ich sage, die Buche sind wie ein Weide. Ich sage, Buche! Ich sage, ich sage, ich sage, die Buche sind wie ein Sensitive. Wir müssen nicht mehr. Wir müssen uns nicht mehr gewiffs. denen wir uns einmal testen, im Hintergrund sehen. Ich sage, ich bin Buche. Ich sage, ich sage dir, ich sage, 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 dass ich sage, ich sage, Man sagt, eigentlich zu viel Zeit, zu viel Zeit, zu viel Zeit zu werden. Die Zeit, zu viel Zeit, zu viel Zeit. Ich habe es in meinen TIME 5000 Blumen. Ich habe in diesem Zeitpunkt gemacht, dass man das Zissinger-Mann hat. Das ist das… Ich habe es auch gesagt, habe ich den Schmack, die Schluck und Schluck. Ich habe in dem Buch. Und ich habe gesagt, das ist die große Grenze, das ist die größte Grenze die Menschen hat, das kieke ich schon nicht so weiter ab. Aber immer mal ins Bucher gehen wir nach uns, die Nummer für die Gäste sagen, Buche! Ich bin stolz. Ja, ich bin in der Bucher. Und die Puppe raus, nach vorne. Das ist so stark. Ins, gehen wir von dem Schabbos, Umgang von dem Zeitung, der Schabbos, geht durch den Stigma von dem Bucher. Und du, guess what? Du weißt, es geht um. Wenn du in der Bucher gerst, wenn du in der Bucher gehst, siehst du, dass du in der Bucher sitzt, siehst du, siehst du, die Götz, siehst du in die erste Schabbos. Du hast einen 30-30 Bucher, siehst du in die Gemeinde, in der nächste Schabbos. Die nächste Schabbos, die Menschen sind dann hier, siehst du, den Geschmack, du weißt, die Bucher geht um, das ist der Beginn. This is teaching everybody. 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 It's going to be very dangerous. It's going to happen. This is teaching everybody. 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 This is teaching everybody.